So, jetzt habe ich das mal oben hingehängt. Die alte Lampenbehalterung habe ich gelassen. Das ist jetzt das Ding da dran. Der Entstörkondensator hängt dran. Dann gehe ich einfach mit dem Bursche hier so rein. Schiebe den ganzen Kram hinterher. Dieser Klappmechanismus ist immer eine Herausforderung. Egal jetzt. Hauptsache es ist mal dran. Und Licht ist an. Das ist natürlich schön hell. Und ich kann natürlich jetzt da oben mein Zeug suchen. Und finde alles, was ringsherum irgendwo versteckt ist. Kann ich natürlich schön finden. Und musste ich eine Taschenlampe holen und so weiter. Das war als kleine Lösung. Wie man aus was was bauen kann. Auch wenn man nicht so viel Ahnung hat. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.